Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, neues Let's Show und Let's Battle Und es ist Blind Und, ähm, hört euch diese Musik an Ähm, da denk ich einfach nur, what the fuck Oh my gosh, das Spiel hatte nur einen von zehn Sternen, wir wollen gucken, warum hier Ja genau, ähm, wir haben, es gibt nämlich eine Seite, wo ich mir die Roms downloade Ich hab unter Beat'em Ups nachgeguckt und, ähm Ja, das hat nur eins von zehn Sternen Es ist ein Beat'em Up und wir wollen mal, ja, wie, äh, Torben schon sagte, herausfinden, warum es denn so scheiße ist Okay Okay, two players mal, fangen wir gleich an What? Crusher Divine Yoko Ich Yoko Okay Du, dass Yoko nicht anfassen Boomer Äh, mal gucken, wen nehm ich denn Äh, ich nehm Tsunami Oh, ein Fettack ist das, glaub ich Okay, hast du schon irgendwas ausgewählt? Drück mal Start Hast du Start gedrückt? Ja, ne? Ja, hab ich Oh, es fängt schon an, oh Gott What? Tsunami für das Yoko, äh, okay 3D Ah, was Was zum Henker Wie mach ich denn was? Äh, was, 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 was mach ich denn, Alter? Hä, oh, ey Äh, was steht da hinten, Mann? Oh, mein Gott Okay, okay, ich weiß, wie ich springe Ich auch Hä, was macht meine Figur da? Alter, das ist bekackt, Mann Hä, wie mach ich denn überhaupt was, ey Das ist so kacke Ey, ich springe doch nur Oh, was machst du, Mann? Alter Wow, 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 was war das denn gerade? Ich komme Okay, das ist die Defend-Kick-Taktik Äh, scheiße, was kann ich denn machen? Ich kann kicken Ich bin da rechts, falls ihr euch fragt Kicken und springen, glaub ich Das war's So Frös, Luftangriff Oh, scheiße Das ist das Spiel kacke Okay Warum hast du mehr Leben? Ah, was mach ich da? Stirb, Mann What? Los Alter, jetzt zerblühe ich hier in 3D-Balls Was zum Henker Ich hab noch nie ein dümmeres Spiel gespielt Glaube ich zumindest Oh Gott, ich bin verwirrt Falls man das erkennen kann Alter, mal verpiss dich mal Ich gewinne, da oben ist unsere Lebensanzeige gesehen Ja, genau, oben rechts und oben links Okay Anderthalb zu ein halb Ich gewinne Ich krieg dich noch, Mann Okay Ja, 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 ja Nein Okay Der Yoko-Affe freut sich Get a bigger outfit Ich denk, das reicht mal Wir probieren jetzt nochmal irgendein Spiel aus, das kacke ist Bis gleich Alter Oh, Sammy So Das nächste Scheißspiel, was wir uns jetzt vorgenommen haben Diesmal hat es zwei Sterne Es ist Battle Blaze Oh, Daniel, bist du das? Oh ja, natürlich bin ich das, Mann Das sieht man doch sofort von Weitem So, wir können uns zwischen The Hero und The Battle entscheiden Wir nehmen natürlich The Battle Zwei Player Natürlich Of course So, okay Du kannst dir noch nichts aussuchen Nein Noch nicht wirklich Ich nehm den Ork Oder was es ist Okay Jetzt such dir den aus Ja, ne Ah Okay Nimm irgendwas hessiges, ja Bestia What, what? Snowuser? What? Gustav, was? Was haben die denn für scheiß Namen? First Game Oh Gott, okay Ah Gustav gegen Schnusser Oh ja, ja, laber du nur Oh, wo bist du, Mann? Bestimmt wegen dem Namen, ey Hä, wo bist du, Mann? Ah, ja, das bin ich Und, oh, was bist du denn für ein schnelles Viech? Wer, Wolf, Mann? Wie geht denn was? Oh, 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 oh Ich kann nur Hä? Ich kann nicht angreifen Es gibt einen Knopf zum Angreifen What? Und die anderen drei kann man nur springen Okay Okay, warte Wo kann es denn springen? Alter, was machst du denn? Du musst mich voll fertig, Mann Ich kann gar nichts gerade Ich kann nur den Keulen Ich kann nur den Keulenschlag Geh weg, Mann Schau dir die rüber rein Weck dich, Mann Okay, jetzt ein Angriffsknopf Na, 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 na Frisst du Wow, wow, wow Wie springst du? Ich weiß nicht Auf den ganz untersten Knopf Was? Komm, ich mach dich doch fertig, Mann Alter Werwolf, Mann Alter, der mich in der Luft zerschnitzelt, ey Hessiger Werwolf, ja, Mann, mach weiter Schon zu Ende? Ich mich noch einmal Diesmal richtig fertig Komm her, du Ruck mal Start, oder so Ja, ich probiere Oder alle Knöpfe Also, insgesamt, wir haben Acht Knöpfe zu Auswahl, mit denen wir was machen können Wir können nur springen und schlagen Okay Okay, los, Mann, jetzt bist du fertig, Alter Okay, ich battle dich, Mann Jetzt, jetzt weißt du, wie es geht, Mann Alter Weißt du, wie du hier austriegst, oder was? Geh weg, Mann Oh, echt, schon wieder, Mann Das sieht so viel ab, Mann Bams Komm her Keulensprung Keulensprung Ich kann doch nicht mehr abwehren, Mann Doch, du musst einfach nur noch Äh, in die entgegengesetzte Richtung kommen, glaube ich Ja, ey Warte, ich schlag einfach mal zu Doch, siehst du Ja, siehst du Bams Äh, Keulensprung Äh, ich nimm immer die Behinderten Ich will nur ne Power-Tag machen Hadouken Aua Okay, Frist Keulensprung Oh Den Keulensprung hat keine Chance Ja, ey Ja, ah Okay, das soll's Das sind keine Siegerpose, oh Gott Okay, äh Das ist Daniel-Like Ja, klar, Mann Okay, ich glaub, das reicht auch schon Ähm Das ist nicht völlig das beste Spiel Ich glaub, ich weiß, warum das 2 Ja, okay Nehmen wir uns eins mit 3 Wir sehen uns gleich wieder Yeah Scheißspiel Okay Gut So, herzlich willkommen zum dritten Teil Ähm Unsere Ähm Ja, zur dritten Hälfte, sag ich mal Dieses Videos Von, äh Bad Beat'em Up Games On the Super NES Wow Haben die das mit Paint gemacht, oder was? Okay, und das Spiel heißt Es hat nichts mal 3 Sterne gehabt Von der Bewertung Von 10 BUTAL Paws of Furry Paws of Furry Okay That's right, bitch Okay Okay Ja, okay Fangen wir auch mal gleich an Mit den 2-Spieler-Modus Okay Was hat er uns zu bieten Wie gesagt, alles ist hier Stop a new character Nein Enter your name Was, nein, komm, wir möchten anfangen A, C, G, 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 G Äh, Kung-Fu Bunny Ivan Sibir Was zum Henker Sind wir hier bei Kung-Fu Panda, oder was? Gut, dann ne, ich, äh Äh Was sind das hier Ich nehm' Tai-Sheita Ich bin der Sheita Ah Gut, fangen wir auch schnell an Such dir deinen aus Okay, ich glaub' ich Ah, ich nehm' den Bär, Mann Haha Okay So, wir haben unsere Charakter ausgewählt Und fangen wir schnell mit einem Spiel an So Ähm Press Start, okay? Okay Bei der Start Let's go Okay Hoffentlich ich wieder zwei Caps Okay Du bist ja viel fetter als ich Ach du Scheiße, was ist die Wow, wow Aber cool animiert Alter, wie schnell Alter, du bist schon tot, Alter Ich kann doch gar nichts Haha 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 RUH, ich bin der Sheita Haha What? Haha Äh, Skip Wir wollen das nicht im Eingucken Haha Hast du gesehen, wie schnell ich ihn fertig gemacht habe Haha Wulah Die Scheiß-Ferke Komm her, Mann Wulah, du hast keine Chance gegen den Cheater Hä, was soll ich machen, bitte? Haha Haha Hä? Ich zieh dir aber nicht ab Haha What? Hahaha Hahaha Okay, du hast mich lieber einmal angegriffen, ey Hahaha Okay Hahaha Hahaha Ich mit dem Spiel ganz ehrlich Einen Stern, Jell, Mann Hahaha Hahaha Oh Gott, voll den Nachtflash, ey Ich nehm den Löwen diesmal Nimm andern mal Und nicht den, den ich eben hatte Ja, nehm den Bunny, Bunny Ja, komm Ja, komm Kommt, schön start Okay Okay Okay, nochmal ganz schnell eins Das ist das Hahaha Der Bär war scheiße Was zum Henker Was zum Henker Ah, ist auch so schnell Was ist das für ein scheiß Spiel, Alter Das ist ja viel schlimmer, als das wir eben hatten Was mach ich da? Woah Wie, wieso hab ich den? Was, was zum Henker? Von, Funner 1 Ach, das brauche ich denел Lalalala Oh du wirst mich nicht Oh Was mach ich da Keine Ahnung wie das Spiel funktioniert Walalalalala Oh ich will die Decke nochmal machen Ich glaube ich hab den Button Smashing Blalalala Komm herr mal Nein Hey Du Arsch Okay nochmal ganz schnell eins und dann müssen wir aufhören So ganz schnell komm Blalalala Voll in die Eier getreten erstmal Scheiße Hase So komm hermann Okay das ist wieder die Duck und Blalalala Pass auf man ich kann Gitarre spielen alter Wenn ich wüsste wie Okay warte ich probier's auch mal irgendwie Okay Wieder voll in die Eier getreten Ey der größte Teil der Attacken trifft irgendwie dich Okay warte Blalalala Wie spreche ich überhaupt ich weiß gar nicht was ich mache Ich krieg glaube ich schon Krampf ey Nach oben einfach Nimm das Nimm die Klaue Friss die Klaue Friss die Klaue Okay Alter 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 Ah Der Hase ist schon mal besser ey Ich fand den Keine langsamen Charaktere Der Cheater geht Jetzt mach den nochmal fertig Vor allem die Eier gekratzt Okay das war's Hier müssen wir aufhören Wirklich scheiß Spiele haben wir da durchgezogen Aber irgendwie auch lustig Okay Hoffentlich ist das mit 4 besser ey Wir machen jedenfalls irgendwie mal Später dann nochmal weiter und spielen weiter Irgendwelche Spiele die schlecht Sünder oder auch besser sind Okay Je nachdem SpontaneAktion halt Okay Wir verabschieden und sagen Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüah